Draußen im Wald, da lebt ein Magier, der behauptet, er könne Licht aus dem Dunkel erschaffen. Hallo? Dieser Catweasel ist schon ziemlich ungewöhnlich. Hallo? Catweasel ist sein Magier. Der kommt aus dem Jahr 1020. Er ist durch die Zeit gereist. Das ist natürlich lachhaft. Meinst du nicht, dass er Hilfe braucht? Ich will ihm ja helfen. Ich meinte eher psychologische. Otto ist Catweasel. Bald im Kino. Bald im Kino. Strauss. Gott. Untertitelung des ZDF, 2020